Es ist wieder Zeit für einen Tech Talk und diesmal mit einem ganz besonderen Auto, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, nämlich dem Brabus Masterpiece, basierend auf dem neuen SL 63 AMG in der Bodo Buschmann Edition. Also eine Edition, die wir hier bei Brabus ganz speziell meinem Vater Bodo Buschmann widmen und die wir genauso gebaut haben, wie er sich einen SL gebaut hätte. Spannendes Auto mit vielen tollen Inhalten, von denen einige aus der Vergangenheit kommen. Genau das gucken wir uns heute an. Wie immer mache ich das nicht alleine, sondern zusammen mit unserem CTO Jörn. Hallo Jörn. Hallo Konstant. Herzlich willkommen zum 879. Tech Talk dieses Jahr. Es waren so viele noch, hätte ich gar nicht gedacht. Das ist ein oder andere Neue dabei bei der Signature Night. BB Edition. Das ist ein Thema, mit dem wir uns lange beschäftigt haben. Wir haben überlegt, ob wir es so nennen sollen und als dann der neue SL rauskam, wir alle auch das Auto gesehen haben, war eigentlich klar, wir können es gar nicht anders machen. Nein, können wir gar nicht anders machen. Man sieht es auch an den Kennzeichen. Bottrop SL1, ganz ikonische Nummer. Da steht ganz, ganz viel in unserer eigenen Historie drin. Und wir haben uns erlaubt, ein bisschen damit natürlich auch den Gründer von Brabus, Bodo Buschmann, zu feiern. Ein Auto, das wir genauso gebaut haben, wie er es sich gewünscht hätte, so wie er es gebaut hätte. Und fangen wir mal ganz vorne an. Das ist natürlich ein SL. Und Bodo Buschmann und SL sind immer eng verbunden und quasi untrennbar. Ich kann mich an keine Zeit in meiner Jugend oder in meiner Kindheit erinnern, wo er nicht SL gefahren ist. Ich mich auch nicht. Also er war immer ein Bottrop SL R1 auf dem Hof. Genau, deshalb, da haben wir schon das erste Detail hier. Bottrop SL1 war immer das Kennzeichen, was er auf den Autos gefahren ist. Was ist der SL, den du am meisten mit ihm verbindest? Den 7,3 Liter. Also Basis R129 Baureihe. SL600 Basis, 12 Zylinder. Der ist ja immer 129er, 230er. Ja, aber das ist für mich eigentlich immer so gewesen. Also das war dieses frühe Auto, das ist mir wirklich im Gedächtnis. Und ich habe so viele Erinnerungen, wie er auch hier schon mal dann mit wehendem Haupthaar vom Hof gefahren ist, an der Werkstatt vorbei. Es war ja sowohl eine Person, die man gut erkennen konnte, weil er natürlich einfach meistens viele Haare hatte, im Cabrio gut zu sehen. Gleichzeitig auch die Farbe. Es war grundsätzlich schwarz. Schwarz, 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 schwarz. Es war alles black on black, so wie wir heute sagen würden, super black. Es hatte grundsätzlich ein ganz bestimmtes Interieur und eigentlich immer die gleiche Wirkung. Es gab auch ein Fotoshooting mit, ich bin mir nicht sicher, war es die AMS oder war es die Autobild damals? Ich hatte mal eine Motorpresse Stuttgart, wo mein Vater über die A31 gefahren ist und ein SL-Probe gefahren ist, den 7.3, 12 Zylinder. Fantastischer Motor. Fantastischer Motor, fantastisches Foto und fotografiert wurde in dem Auto ohne Motorhaube. Genau, von oben so drauf, ganz ikonisch. Einen ganz speziellen Winkel von vorne, wir blenden euch das Foto ein. Natürlich kam mit der Idee, den neuen SL als Bodo Buschmann Edition zu bauen, dann auch sofort die Idee, hey, warum versuchen wir nicht dieses für die Brabus-Historie ziemlich ikonische Foto nachzustellen. Das Ganze nochmal zu machen, aber eben in einer modernen Fassung. Da haben wir uns natürlich auch gefragt, was damals noch aktuell war an Designs und was wir von damals in die heutige Zeit übertragen konnten. Und sind natürlich insbesondere am Thema des Rades sehr, sehr schnell hängen geblieben. Monoblock 2, damals ein absolut ikonisches Rad, jetzt hier in der Form Mono 2 Evo auf dem Auto. Auch wieder so ein historisches Thema, was wir in 2023 übertragen haben. Insofern ist hier ein bisschen back to the future, aber ich würde sagen, lass uns doch mal von vorne nach hinten blicken. Nach hinten gehen wir durch. Ab geht's. Es gibt ja auch einige Teile an dem Auto, die wir aus den 80ern, aus den 90ern wieder in die Gegenwart geholt haben. Und natürlich geht es da spezifisch um unser neues Rad, den Mono 2 Evo. Sehr spannende Geschichte. Die Basis ist halt das alte Monoblock 2 Design, gerade zu der Zeit 129er, 124er Baureihen, also alte E-Klasse. Ja und das erste Rad auch wirklich, was finde ich, wenn du die Brabus Historie durchgehst, dann ist die Mono 2 das erste Rad, was du findest, was sofort im Kopf bleibt. Ja, weil es damals ein spektakuläres Rad war, Drei-Speichen-Rad zu machen, das ja auch ein Hommage an den Mercedes-Stern. Total 80s, komplett vom Styling her, 80s früher und 90er. Damals auch durchaus polarisiert hat. Absolut, heute auch noch polarisiert. Aber es ist ein Design, was hundertprozentig rund um die Welt auch heute noch Autosammler immer mit dem Thema Brabus verbinden. Sofort mit unserer Marke verbinden. Spezifisch hattet ihr ja hier die Frage gestellt, wie sieht eine Monoblock 2 Evo, also eine 2023er Variante aus? Und das Ergebnis ist natürlich nicht mehr die Mono 2 von damals. Aber, das konnte man gut beobachten, als das Auto auf den Laufsteg rollte, jetzt bei der Brabus Signature Night, sofort war ein Bezug da und es haben ganz, ganz viele das Rad sofort wiedererkannt. Hundertprozentig. Es ist natürlich so, ich sage mal, wir haben ja seit 2019 nicht ein Rad entwickelt, sondern wir hatten damals ja schon gesagt, okay, weil es die Idee aufkam, hat ja unser Design mal erste Neuinterpretationen gemacht. Wir waren von Anfang an auch unterwegs und haben gesagt, das erst damalige Rad war ja ein Gussrad, einteilig oder dreiteilig noch. Wir werden es als einteiliges Schmiederrad machen. Somit gab es schon mal ganz andere Voraussetzungen bezüglich Fertigungsverfahren, Möglichkeiten, aber auch Einschränkungen. Was ja heute auch unser Standard ist, muss man dazu sagen. Absolut, genau. Die alle hochwertigen Räder sind bei uns heute hochwertigst gefräste Schmiederäder. Die größte Zeilen waren eigentlich diverse Designloops, diverse Abstimmungen dazu, um eben, ich sage mal, das ikonische Design beizubehalten, aber in die moderne zu überführen. Das heißt, das Thema Monoblock-Design, geschmiedetes Rad, Undercut, freistehende Speichen, möglichst weit außen an der Felge angebundene Speichen, auch das Thema der Aussparung in der Mitte der Speiche, um nochmal mehr Leichtigkeit in so eine Felge zu machen. Also alles Details, die das alte Rad, das Vorgängerrad, die Monoblock 2, nicht hatte. Das heißt, es ist im Grunde gleich geblieben. Du hast ein Drei-Speichen-Design, aber es ist deutlich offener, es wirkt deutlich leichter. Und es hat natürlich viele komplexe technische Details, die damals das Rad noch nicht haben konnte und die wir vielleicht auch als Unternehmen damals noch gar nicht beherstellten. Wie zum Beispiel, du hast gerade angesprochen, das Thema Undercut. Diese hier entlang laufende Linie innerhalb des Felgenbetts, die auch hinter den Speichen weiterläuft und dann unterhalb der Speiche in dem Fall wieder ansetzt und ums gesamte Rad herumführt. Normalerweise würde man bei der Fläche hinter der Fläche sagen B-Fläche, in dem Fall ist es aber eine A-Fläche, weil sie natürlich in genau der gleichen Qualität rundherum läuft, lässt sich auch wunderschön farblich absetzen. Ja, und ist zum Beispiel ja in der Standardausführung der Felge auch immer glanzgedreht. Also ich meine, die größte Herausforderung ist dabei, du kannst ja nur drehen und fräsen bei der Herstellung, weil du aus einem Schmiederohling kommst. Das heißt, du musst von hinten her über die ganze Tiefe des Felgenbetts dein Bearbeitungswerkzeug auf diese Fläche führen. Und das bedeutet, du arbeitest ja auch hinter dieser Speiche schon eine entsprechende Drehbearbeitung. Also es ist maximal aufwendig, bedarf spezieller Werkzeuge, die extra dafür angefertigt wurden und ausgelegt wurden, um eben von hinten diese Polierung herzustellen. Und das ist wahnsinnig aufwendig, aber wir wollten halt eben dieses moderne Fertigungsverfahren, weil das haben alle unsere Räder, diesen Undercut, kombinieren mit diesem sehr uniken Dreispeichendesign. Und das war dann die Herausforderung. Und ich finde, das sind diese Details, die das dann einfach eben so besonders machen. Lass uns mal über das Thema Finishes sprechen. Wir haben das Rad ja ganz bewusst auch in der diesjährigen Signalstandard mit zwei verschiedenen Oberflächen vorgestellt. Auch wieder eins dieser Themen in der Show waren insgesamt ja ganz, ganz viele Themen drin, die man entdecken konnte. Ja, da musst du mal zwei oder dreimal hinschauen. Da musst du mal zwei, drei, viermal hinschauen. Also um den Leuten, die schon lange dabei sind, nochmal mit ein bisschen Augen zwingen, ganz zu sagen, hey, wir haben ein paar Details eingebaut, die sind nur für euch. Und wir haben natürlich zwei verschiedene Radfinishes gewählt. Welche waren das? Einmal Shadow Chrome. Das ist die Variante. Und dann, wenn wir auf die andere Seite wechseln, auch wieder das Rad, bei dem ich mir inzwischen sehr sicher bin, dass er das verbaut hätte. Nämlich die gleiche Variante, wenig überraschend, in schwarz-matt. Übrigens ein wichtiges Detail, schwarz-matt, nicht schwarz-glänzend. Nicht schwarz, nein, nicht schwarz, sondern schwarz-matt. Und ich bin 100% davon überzeugt. Damals waren das meistens so Räder wie zum Beispiel Monoblock 6. Oder auch die Monoblock 2 hatte er immer, auch in mehr Teilen. 2, 3, 4, genau. Und dann zuletzt Monoblock 6. Also es gab die verschiedenste Räder, die immer wieder dann auf einem SL gelandet sind. Und ganz viele davon waren schwarz-matt. Also es war immer ein Thema, was wiederkehrend. Was man schon mal antizipieren konnte, wenn wieder ein neuer SL gebaut wurde für Wohnungsmann. Ja, genau. Also einen Satz Räder wegzugeben und schwarz-matt lackieren zu lassen. Hat im Zweifel immer funktioniert und kam dann gut an. Und immer wohlwollend ausgelöst. Welche gefällt dir besser? In der Tat die Shadow Chrome. Weil ich finde die Zweifarbigkeit, solche Details wie eben den polierten Undercut, die unterschiedlichen Finishes, die siehst du einfach besser dabei. Ich verstehe absolut das Design. Ich muss auch sagen, als Hommage an deinen Vater und immer dem Gedanken folgend, wir wollen ein Auto bauen, das dein Vater genau so genommen hätte. Musst du das so machen? Musst du aussehen. Keine Frage. Aber ich sage mal, dem Produkt gerechter und dem Hochwertigkeit der Ausführungen und der Bearbeitungstechniken an der Felge wird das Shadow Chrome-Rad doch gerechter in meiner Einsicht. Ich schwarz-matt. Du Shadow Chrome. Kein Streit wie immer. Kein Streit wie immer. So, komm, lass uns mal über Karosserie sprechen. Ja. Das Exterieurprogramm. Bekannte Umfänge, die wir üblicherweise für die verschiedenen AMW-Modelle anbieten. Das heißt, die Carbon von Spoiler-Lippe, Pripe Carbon in der üblichen hochwertigen Ausführung. Es gibt zwei Varianten, glänzend und matt. Jetzt haben wir hier glänzend. Lass uns kurz sprechen. Würdest du glänzend wählen bei dem Auto oder würdest du matt wählen? Dem Thema treu bleiben, Bodo Buschmann Edition, muss man ganz klar sagen, glänzend? Ja, keine Frage. Keine Frage. Der Vater hätte niemals mattes. Als Kohlefahrer gewählt. Ich finde auch, die Teile tun dem Auto gut. Also insbesondere das Thema Front-Spoiler, die Umrandung der Luftanlässe gibt genau das bisschen Hochwertigkeit dem Auto, was wir erreichen wollten. Das ist bekanntes Programm, das ist bekanntes Rezept. Das ist auch das, was jemand von uns erwarten würde, wenn er sagen würde, hey, der neue SL kommt raus. Was macht Brabus damit? Dann macht es aber nicht schlechter, finde ich. Ich finde, es tut dem Auto unheimlich gut. Es sieht toll aus. Absolut hochwertig. Wie es durch die insgesamt ein Auto, was ja eine sehr sportliche Charakter hat, lange Motorhaube, tief geduckt auf der Straße. Wenn du da diese schönen, großen Carbon-Flächen hast mit der entsprechenden tiefen Glanz da drin, also dieser tiefen Wirkung, die durch den ja auch bei uns sehr dick und in vielen Schichten aufgetragenen Klarlack erhältst, ist das in glänzend einfach toll. Was mir persönlich übrigens sehr gut gefällt, sind die Lufteinlässe hier vorne im Kühlergrill. Das sind Teile, an denen deutlich mehr 3D dran ist, also deutlich mehr Räumlichkeit dran ist, als man das im Bild womöglich erkennen kann. Insgesamt eine tolle Wirkung. Es ist ein Teil, an dem auch schön rauskommt, dass wir natürlich ganz, ganz, ganz viel Zeit gesteckt haben in das Thema Fit & Finish von Carbon-Teilen. Heißt Fit, Passung in die Karosserie, Spaltmaße, die Art und Weise, wie es am Ende reinpasst. Finish, wie ist die Struktur des Bauteils, ist die Kohlefaser sauber gelegt, wie ist der Klarlack aufgebracht, was hat das Teil für eine Gesamtwirkung. Und grundsätzlich lässt sich, und das ist etwas, was uns immer wieder begegnet, ja sagen, je mehr 3D, also je räumlicher ein Teil ist. Das einfachste Carbon-Teil wäre demnach eine Lage, so eine Art rechteckige Lage Carbon ohne jegliche Biegung. Je räumlicher ein Teil wird, desto komplexer ist es zu legen, ne, mit solchen Highlights. Ja, auch zu feingliedriger ist es zu legen, auch, ich sag mal, es gibt ja manche Radien, wie auch hier sieht man das zum Beispiel, dieses ja doppelwandig, dieses Bauteil. Du musst ja dann in das Negativ die Kohlefasenmatten entsprechend tief und fein da reinlegen. Und da ist ja schon irgendwann dein Finger viel zu dick und du fängst ja dann mit wirklichen Spateln an die Bauteile an. Genau, das ist echtes Handwerk, das muss man können und das geht dementsprechend auch, wir kennen das immer, wenn jemand neu anfängt bei uns in der Carbon-Fertigung, geht das auch gerne häufiger mal schief. Ja, ja, man braucht viel Erfahrung dafür. Was ich an den Bauteilen hier sehr interessant finde, sie geben dem Auto schon eine deutliche Differenzierung zum Serienauto, weil sie den Grill natürlich schon verändern, aber schminken jetzt auch wieder nicht die typische Front eines SLs weg. Also dieser alte Ansatz, den wir immer haben, respektiere das gegebene Fahrzeugdesign. Diskussionen wie beim 820, also beim Brabus Masterpiece auf Basis Porsche 911, ganz, ganz stark hatten, ikonisches Design, wie gehe ich an das Fahrzeug ran und respektiere, was Porsche da über Jahrzehnte entwickelt hat, gebe ihm aber die typische Brabus-Note und mache eben nicht ein Kirmesauto draus. Das ist, glaube ich, hier auch der Fall, weil es hat eine deutliche Änderung in der Wahrnehmung, ist sehr typisch Brabus, dass wir solchen Designdetail haben. Wir haben es damals ja mit dem Rocket auf Basis des GT 63 erstmalig gezeigt und eingeführt. Richtig. Und auch hier wieder. GLE Rocket Edition. Also es gibt diverse Autos, die das jetzt wieder aufgreifen und es sieht gut aus. Eine meiner absoluten Lieblingsansichten bei dem Auto ist, hinten, Auspuffanlage mit entsprechendem Heckdiffusor und einem großen Ansatz für die Heckschürze. Alles aus Pre-Prec Kohlefaser. Da steckt viel Musik drin und es ist trotzdem wieder ein klassisches Brabus-Design-Thema, aber mit einem bisschen neuen Twist. Genau, wir haben die eigentlich bekannten Brabus-Design-Endrohre in Titan-Carbon-Optik, diesmal aber in dem großen Durchmesser 106 Millimeter. Es gab ja eigentlich zwei Diskussionen aus der Community raus und bei Kunden. Die einen haben gesagt, hey Leute, bringt doch mal ein neues Endrohr, ein neues Blendendesign, was wir auch vielfach gemacht haben. Und die andere Fraktion hat gesagt, Mensch, eure Endrohre sind uns zu klein, macht sie doch ein bisschen größer. Jetzt haben wir ja immer eine Diskussion intern, die heißt, die Produkte müssen elegant sein, sie dürfen nicht übertrieben aussehen und sie müssen am Ende dem Charakter der Marke auch gerecht werden. Trotzdem sind wir dem Wunsch gerecht geworden, haben es jetzt ein bisschen größer gemacht, ein bisschen sportlicher gemacht, was aber auch dem Auto, finde ich, steht. Sieht sehr zeitgemäß aus, verliert dadurch überhaupt nicht an Eleganz, ganz im Gegenteil. Und ist natürlich wirklich schön verpackt in die Elemente, die drumherum laufen, also insbesondere die Abdeckung aus Kohlefaser, aber auch den unteren Teil der Heckschürze und den Diffusor. Genau, auch hier der Rahmen, der ja nochmal dann in schwarz glänzend lackiert ist, um nochmal ein bisschen Differenz zu machen. Was hier ganz spannend ist am Diffusor, das ist ein sogenannter Doppeldiffusor, das heißt, diese Fläche hier, wo ich meine Hand gerade reinstecken kann, ist wirklich ein Luftkanal, der vom Unterboden gespeist wird. Das heißt, wir führen wirklich vom Unterboden, der bei diesem Fahrzeug ja mittlerweile auch, moderne Fahrzeuge haben ja immer fast plane Unterböden, damit sie aerodynamisch gut einen Wirkungsgrad haben und wird die Luft hier abgenommen und hier oben dann nochmal rausgeleitet. Das heißt, wir haben hier wirklich so eine Art Doppeldiffusor, wie es mal in der Formel 1 auch üblich war, umgesetzt, um da auch nochmal so ein bisschen technisches Feature einzubringen. Und nicht zuletzt sieht es auch einfach sensationell aus. Ja, genau, aber trotzdem Form und Design versucht zu kombinieren. So sieht es aus. Last but not least, und das ist natürlich ein Thema, was immer wiederkehrend ist, insbesondere in den letzten zwei Jahren, der Brabus Schriftzug aus Kohlefaser mit farbiger Umrandung. Ist in dem Fall witzig, weil es natürlich um ein schwarz-schwarzes Auto geht, also die Umrandung der Kohlefaser in dem Fall ist schwarz, insofern nicht farblich abgesetzt. Das Prinzip ist trotzdem das gleiche. Und wir sagen es in fast jedem Tech-Talk im Moment, weil wir uns fast ausschließlich Brabus Masterpieces anschauen. Immer wenn der Kohlefaser-Schriftzug zum Einsatz kommt, handelt es sich um ein Brabus Masterpiece. Und immer wenn man hinter einem Auto herfährt, was ein Brabus Schriftzug drauf hat, der eine farbliche Umrandung hat, steckt höchstwahrscheinlich was Besonderes drin, was wir hier im Autop gebaut haben. Das ist der Trick und die Geschichte hinter dem Kohlefaser-Logo und dem Kohlefaser-Schriftzug auf dem Heckdeckel. Genau. Last but not least, für das Exterieur, wir haben noch eine sehr kleine, aber feine Kohlefaser-Lippe für den variablen Heck-Spoiler gemacht, um da auch nochmal ein weiteres kleines Kohlefaser-Lippe zu zahlen. Und das Entscheidende, was uns zum nächsten Thema bringt, nämlich die Leistungsangabe und damit auch der Name des Autos, Brabus 750 auf Basis SR63, heißt 750 PS. Genau, was hinten drauf steht, ist vorne drin. Und das gucken wir uns jetzt an. Genau. Der Name ist Programm. Ja, absolut. Leistungssteigerung auf 750 PS. Jetzt ist das ja, im Moment muss man sagen, eine ungewöhnliche Zahl. Wir haben 900, 850, 800, 750. Das hier ist ja jetzt eigentlich das, was dem 800er bei anderen Baureihen entspricht. Jetzt frage ich mal ganz ketzerisch, warum denn 750 PS? Wie du richtig sagst, die Produktinkredenzchen, so möchte ich mal sagen, also Power-X-Raket, die Upgrade-Turbolader mit neuer Verdichtereinheit und Axiallagerung ist eigentlich der übliche Umfang, wie wir sie auf 800 PS machen. Der SL hat ja nicht ganz die Leistung, die üblicherweise zum Beispiel die ganzen Limousin-Motoren hatten, die ja bei 600 oder über 600 PS liegen, sondern liegt bei 575 PS in der Serie. Mit dem SL ist auch ein neues Motorsteuergerät in das Fahrzeug gekommen, also neue EE-Architektur und die hat ein paar Einschränkungen, die wir im Moment noch akzeptieren müssen. Natürlich arbeiten wir hart daran und auch an weiteren Leistungssteigerungen für den Antrieb, aber wir wollten dann auch zu einem bestimmten Zeitpunkt jetzt auch einmal ein vernünftiges Produkt fertig haben und ich glaube, das haben wir. Wir kommen deutlich unter 600 PS auf 750, also gute 175 PS mehr Leistung. Kann sich ja sehen lassen. Heißt was? Große Turbos, Ansaugung. Genau. Ansaugung, Dichte-Einheit, Blow-Off auf Wunsch, wenn der Kunde es haben will und die Elektronik mit dem üblichen Brabus Power X. Wie immer, alles mit TÜV. Wie immer so, dass es unter diversen Bedingungen getestet ist und funktioniert. Absolut. Wie immer so, dass wir auch diesen Umbau vor Ort im Land des Kunden vornehmen können, also beispielsweise in Australien, in den USA, in jedem Land in Europa. Insofern sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Händler ein wirklich gutes Produkt. Genau. Also wirklich die üblichen Brabus, ich sage mal, Rahmenbedingungen eingehalten. Und ich muss auch sagen, dieser Antrieb ist in dem Auto als Roadster offen, so emotional, weil er einen tollen Sound hat mit unserer Auspuffanlage, dass die Blow-Off-Ventile, wenn sie optional verbaut sind, tolle, tolles Design. Ich weiß noch, ich weiß noch, wann es war, dass wir das erste Mal ein Blow-Off-Ventil als Produkt besprochen haben und viele außerhalb des Brabus Engineering gesagt haben, was will der denn jetzt von uns? Wenn du dann aber den passenden Sound dazu bekommst, also das Geräusch, wie der Turbo Luft rausbläst, also im Prinzip die gebrauchte Luft wieder abgibt, dann ist das eines der emotionalsten Themen, die man als Geräusch beim Motor, die wir heute überhaupt haben. Also ich finde es genauso, wie ein Turbo reinkickt und das typische Gefühl, ein Turbo zu fahren, bekommst, wenn du aufs Gas trittst, ganz kurz merkst, jetzt laufen die Turbos an und dann geht es richtig zur Sache. Genauso emotional ist es für mich, wenn ich vom Gas gehe und dann hier auch die entsprechende Rückmeldung akustisch bekomme. Genau und es ist einfach, es ist immer so, bei mir hört man, ist dann immer so ein Grinseffekt. Also du gibst Gas, du kriegst die Leistung, dann gehst du mal wieder vom Gas, dann kommt ja eben genau dieses Geräusch, wenn ein Schubumluftventil dann eben den Bypass aufmacht. Das verstärken wir ja geräuschlich mit unserem Adapter. Ein extremes Beispiel ist natürlich der Rocket Air. Also beim Rocket Air hat man ja immer das Gefühl, eine Druckluftflasche explodiert hinter einem, wenn dir das losgeht, das ist wirklich extrem. Absolut sensationell. Ich würde, muss ich ganz klar sagen, nie wieder, wenn es die Möglichkeit gibt, bei so einem Auto diese Option nicht wählen. Was genau wie du sagst, dass es vom Gas gehen auf einmal genauso viel Spaß macht, wie das aufs Gas gehen, ist schon irgendwie was Besonderes. Und am Ende macht der Sound ja so ein Auto auch emotional. Wie üblich kommt, unser Leistungsgerät natürlich auch immer mit der entsprechenden Carbon-Motoroptik darüber. Sieht wirklich top aus, auch mit den Flakes drin. Also es ist für mich genau das, was ein SL eigentlich sein muss. Ein sportlicher Roadster, der aber trotzdem einen gewissen Komfort bietet, eine Ausgewogenheit bietet. Aber auf der anderen Seite, also der Achtzylinder ist ein mega Antrieb. Die Leistung macht Spaß, Sound ist da. Ich kann aber trotzdem sehr komfortabel fahren. Das macht so viel Spaß, mit dem Auto offen zu cruisen, aber auch mal einen kleinen Zwischenspurt einzulegen oder durch die Kurven zu räubern. Es ist einfach ein fantastisches Auto. Es ist ein Cabrio mit Stoffdach, also eher in der Tradition des S-Cabrios unterwegs, als beispielsweise der letzten Generation SL-Folgen, wo ja mit dem Vario-Dach immer ein sozusagen Blechdach eingesetzt wurde. Ein festes Dach natürlich. Ein festes Dach eingesetzt wurde. Wie bewertest du das? Moderne Dachkonstruktion. Natürlich hat die den Anteil Stoff im hinteren Bereich, aber der obere Teil ist ja eine große Aluminiumschale, auch wieder dahinter. Windgeräuschmäßig gar kein Problem. Das Auto, selbst beim Topspeed von 315, ist überhaupt kein typischer Cabrio-Effekt. Also ich glaube, das ist ähnlich wie ein 911 Turbo S-Cabrio, der auch ein Stoffverdeck hat. Gleicher technischer Stand, absolut robust, alltagstauglich. Also für dich kein Nennstetter-Unterschied beim Fahren? Nein, gar keiner, überhaupt kein Unterschied beim Fahren. Und dieses Auto, also ich muss ehrlich sagen, du wirst sehr begeistert sein. Bin gespannt. Absolut, ich glaube, du wirst begeistert sein, weil dieses Auto kann so viel, so breit und ist viel, weil es viel Mercedes ist, viel SL ist und dann aber diese typische Brabus-Komponente da reinkommt. Ein perfektes Auto. Fehlt nur noch eins. Komm, wir machen die Motorhaube zu und gucken mal innen rein. Gerne. Schwarz, schwarz, schwarz. Schwarz, 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 aber auch die typischen Inkredenzien, die dein Vater gerne gemocht hätte, nämlich das sehr symmetrische, quadratische Muster. Bodo Buschmann Edition ist natürlich ein Thema, was wir insbesondere im Innenraum jetzt wiederfinden. Und ich bin davon überzeugt, dass nicht nur bei der Signature 9, sondern vielleicht auch bei dem Auto hier oben, einer auf der Wolke sitzt und runterguckt und sagt, Leute, schmeiß den Schlüssel hoch. Hundertprozentig. Also ganz sicher in der Ausführung alles lederschwarz, auch immer das sehr geliebte Thema von ihm mit dem benarbten Leder. Eine Diskussion, die wir heute noch immer wieder führen und bei der ich Jörn langsam, aber sicher auf die richtige Seite, die gute Seite der Macht konvertiert habe. Die Grundlage war, lass uns ein Auto bauen, dass Bodo Buschmann sich so konfiguriert hätte. Und ich bin mir 100 Prozent sicher, wenn wir ihm heute den Schlüssel in die Hand drücken würden, dann würde er sagen, danke für dieses tolle Auto, würde einsteigen und damit eine ganze Menge Spaß haben. Freude vom Hochfahren, ja. So, und zwar mit den schwarzblatten Rädern, mit dem schwarzen genarbten Leder im Innenraum, mit dem tollen Rauten, klassischen, ne? Ganz klassisch, ja. Raute, aber perforiert auf den Sitzen, nicht perforiert natürlich zum Beispiel bei den Türinnenteilen, aber auch auf der Mittelkonsole. Insgesamt fasst sich das Auto im Innenraum, finde ich, toll an. Es ist typisch Brabus, es ist typisch Bodo Buschmann. Wir haben die glänzende Kohlephase im Innenraum und natürlich hier auch eine wirklich wunderschöne kleine Plakette. Genau, als Sign of Excellence, als Bodo Buschmann Edition mit der Unterschrift deines Vaters und eben der Limitierung von 1 von 25. Das heißt, wir werden dieses Auto in genau dieser Ausstattung maximal 25 Mal bauen? Genau. Das war uns auch wichtig, dass das eine exklusive Geschichte bleibt. Was mir aufgefallen ist, ist natürlich sicherlich ein Thema, auf das insbesondere bei der Sign of Excellence 23 viele der Profis, die da waren, also Händler, langjährige Sammler, gute Kunden reflektiert haben, die natürlich in Bezug zu meinem Vater hatten, ihn kannten und auch das Auto gesehen haben und eigentlich sofort schmunzeln mussten und sagten, ja, mehr Bodo Buschmann gibt es irgendwie nicht. Nee, tolles Auto mit vielen schönen Details, auch die großen Carbon-Flächen hier auf der Mittelkonsole. Hundertprozentig, glaube ich, jetzt den Geschmack deines Vaters getroffen. Das ist unser Geschmack bis heute und, glaube ich, wird ihm und seiner Person sehr gerecht. Tolles Auto. Was mich interessieren würde, was bedeutet dir das, ein Bodo Buschmann Edition SL 750 hier zu wissen? Was bedeutet mir das? Ich muss sagen, es war für mich ein spezielles Projekt, weil wir natürlich von Anfang an, als der neue SL kam, überlegt haben, wie nennen wir das und relativ schnell die Idee aufkam, das als Hommage an meinen Vater zu machen und ich habe lange überlegt, ob das richtig ist. Ich muss sagen, jetzt, wo wir das Ergebnis hier sehen, macht das Auto mir eine Menge Spaß. Ich freue mich drauf und ich glaube, dass wir uns getraut haben, es auch so zu nennen und es auch so zu bauen, hat sich gelohnt, weil es dem Auto ein klares Thema gibt. Wäre es ansonsten ein schöner SL geworden? Klar. Schwarz-Schwarz, Super Black Edition. Es wäre ein ähnliches Auto. Es wäre nicht genau das Auto, zum Beispiel nicht mit der Mono 2 Evo, nicht mit den schwarzmatten Felgen. So wie es jetzt geworden ist, ist es für mich eines der wichtigsten Autos des Jahres. Ist natürlich auch nach, ich weiß nicht, ich bin jetzt fünf Jahre hier Geschäftsführer und habe natürlich ganz, 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 ganz viel von meinem Vater gelernt. Wir sind in den letzten Jahren als Team auch zusammengewachsen, insgesamt hier in der Company und deshalb ist das ein schöner Meilenstein. Ich glaube auch und ich glaube, die ganze Mannschaft ist sehr stolz auf das Auto. So sieht es aus. Es bleibt ja eigentlich nur eins, nämlich, dass wir das mal zusammen fahren. Ausführlich. Aber das machen wir im nächsten Video. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei wart beim Tech Talk. Nicht vergessen, abonnieren, liken, gerne das Video ein paar Freunden schicken, die sich für Technik und Autos interessieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Jan, danke schön. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.